Es bleibt dabei, da deutet sich weiterhin eine sehr brisante Wetterlage an im Westen, im Südwesten und im Süden von Deutschland mit Sturzflutgefahr durch langsam ziehende Schauer und Gewitter. Das kann eben sehr gefährlich werden. Keller werden da überschwemmt werden, vielleicht auch ganze Häuser und es kommt zu überfluteten Straßen. Das Ganze kommt recht schnell, so eine Sturzflut ist aber auch ziemlich schnell wieder vorbei. Was bleibt, ist der Dreck und der hohe Schaden. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Bevor wir einsteigen ins Wetter-Video, noch ein paar kleine Worte zum Thema Kommentare unserer User und meine Antworten darauf. Da gab es ja gestern auch ein paar Gegenkommentare, warum ich hier Kommentare zeige und darauf antworte. Naja, es ist ja ein Hin und Her, ein reger Austausch und wenn ihr kommentiert und ich der Meinung bin, darauf muss man auch mal antworten, dann nehme ich mir auch mal die Freiheit, diesen Kommentar hier jeweils zu zeigen und auch eine Antwort darauf zu geben. Da bitte ich um Verständnis. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Und dann werde ich immer wieder gefragt, warum ist denn der User geblockt und warum kann der nicht mehr schreiben? Einfache Antwort, manchmal weiß ich das überhaupt nicht. Teilweise wird auch von YouTube geblockt der ein oder andere User. Manche Kommentare erscheinen auch erst gar nicht. Manchmal ist es Problem. Zu viele Emojis in den Kommentaren, dann fliegen die auch einfach von YouTube raus. Und gestern wurde ich speziell angefragt auf einen User, ob ich den wieder freischalten könnte. Da gibt es eine Liste bei YouTube, kann man gucken, wer ist gesperrt. Die war so vollgepackt scheinbar mit Fake-Accounts, mit Bots oder was immer das war. Da habe ich einfach mal auf Amnestie geklickt und alle User gesperrt waren da drin, freigeschaltet. Also wer jetzt noch geblockt ist, da liegt es wirklich nicht hier an uns irgendwie. Ich habe gestern alle User freigeschaltet, die irgendwann mal geblockt worden sind, einfach den fetten Button geklickt. Es ist eine Generalamnestie hier bei Wetter.net. Ihr könnt also alle wieder in die Tasten hauen und quasi reinhauen, eure Kommentare, was immer ihr mir sagen wollt. Wir schauen auf die Wetterkarte, auf die Regensummen der nächsten Tage bis zum 26. Mai frisch eingetrudelt. Das amerikanische Wettermodell und es bleibt dabei, das sind sehr nasse Zeiten. Nicht nur bei uns hier in West, in Südwest und Süddeutschland, auch im Rest von Mitteleuropa wird es sehr nass werden. Auch Westeuropa, Frankreich, die britischen Inseln, die Schweiz, Österreich, da kommt richtig was runter. 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders spannend wird es ja bis zum Pfingstsamstag werden. Und deswegen gleich der große Modellvergleich. Wir schauen sogar, was sagen die Kanadier und was sagen die Japaner zum aktuellen Wetter. Auch das werden wir gleich hier bei Wetter.net erfahren. Wir blicken auf den gestrigen Dienstag. Da war es ja richtig warm, ziemlich warm eigentlich sogar. Duisburg gestern 29,2 Grad, nur 0,8 Grad vom Hitzetag entfernt. Also von der 30,0 in Borken in Westfalen 29,1 Grad, in Waaghäusl 28,7 Grad, in meiner Geburtsstadt Bad Kreuznach 28,4 Grad, in Bochum 27,8 Grad, in Wolfach in Baden-Württemberg 27,3 Grad. Auch heute Morgen war kein Fröstelwetter angesagt. Die Eisheiligen, die lassen auf sich warten, wahrscheinlich waren sie ja schon Mitte April da, haben ja einige User zu Recht bemerkt. Da gab es ja große Frostschäden, aber in diesem Jahr sind die Eisheiligen im Zeitraum 11. bis 15. Mai doch eher sehr, sehr gnädig gewesen mit uns. Heute Morgen frühe Temperaturen die höchste in Münzener, Osnabrück 16,0 Grad, dahinter Lingen 15,9 Grad, Borkum 15,9 Grad ebenfalls. Also eher ein recht warmer Start in diesen Mittwoch. Ja, warm ist auch ein Stichwort für den Mai. Die mittlere Mai-Temperatur, die steigt langsam immer weiter an. Der Mai 2024 ist doch mittlerweile im Bereich der wärmsten Mai-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung, aber noch nicht der wärmste. Da haben wir noch einen ganz anderen Spitzenreiter und sogar einen Spitzenreiter, der schon sehr, 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 sehr lange her ist, sogar vor 1900. Ich weiß, da gibt es gleich wieder Kommentare, naja, dann gab es ja wohl die Klimaerwärmung auch schon vor 1900. Naja, das ist natürlich mal wieder eine falsche Aussage. Man muss das ganze Gesamtbild sehen. Natürlich gab es auf die Jahrhunderte verteilt immer wieder mal Ausreißer nach oben und nach unten. Aber im Grunde macht ja auch die mittlere Kurve die Musik. Aber da wiederhole ich mich und manche wollen es auch nicht unbedingt verstehen, beziehungsweise verstehen es, aber sagen einfach, das Gegenteil sei der Fall. Wir schauen auf den Juni 2024. Wie geht es da weiter? Insgesamt die Abschätzung vom CFS-Modell. Es könnte wärmer werden als üblich. Ein bis zwei Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Welch Wunder. Mit dieser Prognose seit Januar lag eigentlich das CFS-Modell ziemlich richtig bisher. Und wir schauen mal auf die Niederschlagsabweichungen auch da insgesamt. Vielfach völlig normal. Weiße Farbe bedeutet durchschnittliche Regenmengen. Da haben wir so einen Streifen in der Mitte. Da könnte es zu nass ausfallen. Und hier im Nordosten wahrscheinlich eher ein zu trockener Juni. Die erleben momentan ja auch schon eine sehr, sehr trockene Wetterphase. Und da geht das CFS-Modell scheinbar davon aus, dass es auch im Juni dort relativ trocken weitergehen könnte. Nochmal die Information. Das hier ist keine klassische Wettervorhersage. Das ist ein Klimatrend. Niemand sollte irgendwas danach planen, längerfristig. Nicht seinen Urlaub. Sollte jetzt sagen, ich fahre mal nach Berlin, weil es im Juni immer nur trocken ist. Das ist einfach nur eine Abschätzung. Das kann auch in die Hose gehen. Gerade beim Parameterniederschlag ist das eine sehr schwierige Angelegenheit. Denn der Parameterniederschlag, der ist am schwersten vorherzusagen in der Meteorologie. Und natürlich dann besonders schwer auf einen Zeitraum von einem ganzen Monat. Und dieser Monat beginnt ja erst in zwei, zweieinhalb Wochen. Jetzt der große Modellvergleich bis zum Samstag. Nur mal bis zum Samstag. Die frischen Regenmengen von den Null-Uhrläufen. Wir schauen auf das deutsche Wettermodell. Und im Grunde bleibt die Verteilung, wie seit einer Woche schon von uns vorhergesagt, der gefährliche Stark- und Sturzflutregen, der kommt hier im Südwesten runter. Wir haben hier nach dem deutschen Wettermodell bis zum Samstagabend zum Teil bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das ist noch nicht alles. Ganz eng begrenzt, wenn die Sturzfluten runterkommen und diese stationären Gewitter da sind, dann kann es noch mal mehr sein, binnen ein bis zwei Stunden. Und das löst diese regional eng begrenzten Sturzfluten aus. Das sieht zwar großflächig aus, ist aber teilweise nur punktuell, was da runterkommt. Aber zeitweise kann es auch mal bei einer größeren Fläche etwas stärkeren Regen geben. Stark Regen. Und das heißt volle Keller, überflutete Straßen. Da muss man wirklich höllig aufpassen. Bis zum Samstag besonders hier im Südwesten. In Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württemberg, teilweise in Bayern. Der Rest, Richtung Nordosten, der denkt sich, ach wie schön ist es hier. Wir adeln uns in der Sonne. Und endlich sind wir auch mal auf der Sonnenseite. Wir schauen auf das europäische Wettermodell, auf den 18er Lauf der Europäer. Auch hier eine gleiche Wetterentwicklung. Auch hier von Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg und Bayern die heftigsten Gewitterentwicklungen mit Sturzflutgefahr. Da kommt das meiste auch in diesem Bereich herunter. Wir gucken weiter zu unseren Nachbarn aus Frankreich. Auch Meteo France betreibt natürlich ein Wettermodell. Und das ist dieses Wettermodell. Man spricht es wahrscheinlich Arpesch aus. Was weiß ich. Ich hatte mal Französisch, aber ich glaube es habert ein bisschen mit der Sprache momentan. Also wie gesagt, auch die machen starken Regen. Die schieben das Ganze ein bisschen weiter Richtung Landesmitte. Hier Richtung Nordbayern, Südhessen bis rüber nach Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg demnach so ein bisschen außen vor und in diesem Bereich zum Teil bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Also hier werden auch die Unwetter berechnet. Nach Nordosten deutlich weniger. Aber auch hier werden durchaus Richtung Brandenburg-McPomm ein paar Regenschauer und Gewitter bis zum Samstag berechnet. Wen haben wir noch im Programm? Das britische Wettermodell. Auch das hat eine Meinung. Die Briten dürfen auch noch was sagen, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind. Und die sagen richtig viel Regen voraus. Auch hier die gleiche Zone. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz besonders betroffen Richtung Eifel, Westerwald. Ich sage Eifel, 100 bis 130 Liter Regen pro Quadratmeter. Da hält man wahrscheinlich auch im Ahrtal schon wieder den Atem an. Und das Ganze zieht sich runter bis nach Baden-Württemberg, teilweise nach Hessen, Süd- und Mittelhessen. Aber nochmal zurück zur Eifel. Das ist natürlich kein Vergleich zur Ahrtalflut. Da gab es wirklich 24 bis 36 Stunden Großflächenregen um die 150 bis 200 Liter. Das erwarten wir momentan zumindest noch nicht nach der aktuellen Prognose. Auch hier gilt, im Nordosten bleibt es vielfach bei nur geringen Niederschlagssignalen. Und das nächste frisch eingetrudelte Wettermodell, das kanadische Wettermodell. Was sagt uns das? Auch da der gleiche Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland teilweise. Baden-Württemberg, Bayern, teilweise auch Thüringen hier noch mit betroffen mit Regenmengen von bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Und hier gilt auch, nach Nordosten bleibt es doch überwiegend bei nur geringen Niederschlagswahrscheinlichkeiten bzw. ganz geringen Mengen. Ja und das ist das Kontrastprogramm. Morgen die Waldbrandgefahr. Hier im Nordosten, wo es momentan am schönsten, am freundlichsten ist, da ist die Gefahr für Waldbrandgefahr auch am höchsten. Hier ist die höchste Waldbrandgefahr an Stufe 5 erreicht. Das heißt, kein offenes Feuer draußen in der Natur, das kann zu einem Waldbrand führen. Und Wald- und Wiesenbrand natürlich, das sagen ja auch viele, es brennt ja nichts von selbst. Ja natürlich brennt nichts von selbst. Dieser Index gibt auch nur die Gefahr an, wenn man unvorsichtig ist, dann kann es eben schnell brennen. Wenn man hier unvorsichtig ist, dann brennt es nicht so schnell. Wenn man das hier ist, dann brennt es ziemlich schnell. Mehr sagt dieser Waldbrandgefahrenindex auch nicht aus. Also für die nicht ganz so schlauen Menschen, hier bitte kein Feuer draußen im Freien anzünden, da ist es eben nun mal sehr gefährlich. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Da kann auch der Grundwasserspiegel sehr hoch sein, wie einige schreiben. Aber es ändert nichts daran, dass die Oberfläche, die Bäume, die Sträucher, alles drumherum ziemlich ausgetrocknet ist. Und ein kleiner Funke genügt und es kann brennen. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Wir schauen nach Berlin auf die Ensemble-Prognose. Bis zum 1. Juni mittlerweile schon. 1. Juni, der Beginn des meteorologischen Sommers. Und es bleibt erstmal noch ein paar Tage trocken. Ab dem 19. und 20. Mai dann auch hier verstärkt wieder Regensignale möglich. Temperaturen anfangs nahe 25 Grad, später unter 20 Grad vorübergehend, dann wieder ansteigend. Und hinten raus der Hauptlauf, zum Teil mit 30ern. Aber wie gesagt, es ist ein warmer, sehr heißer Ausreißer. Wir bleiben im Mittel eher um die 20 Grad bis zum 1. Juni. Wir gucken nach Frankfurt am Main. Da gibt es Donnerstag, Freitag, Samstag eins auf die Mütze. Da kommt ordentlich was runter. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet kann es sehr nass werden. Auch bei uns hier in Wiesbaden, da ist ja das große, bekannte Pfingst-Reitturnier. Das sieht da auch nicht gerade so trocken aus über Pfingsten. Also auch da kann es ein bisschen kritische Momente geben. Die Temperaturen anfangs über 20 Grad, dann zurückgehend leicht, dann wieder ansteigend. Und wir sehen auch hier nach hinten raus Temperaturen, die sich langsam beim Hauptlauf der 30-Grad-Marke nähern. Aber auch das ist nur der warme Ausreißer. Das Temperaturmittel bleibt etwas weiter unten. Aber die ganze Zeit Schauerwetter, also die zweite Mai-Hälfte, scheint dann doch ziemlich durchwachsen auszufallen. Bei der Großwetterlage bleibt von der Struktur her alles beim Alten. Und das wahrscheinlich über die Pfingstfeiertage hinweg. Und das macht ja die Lage so brisant. Sie ist sehr stationär. Wir haben über Osteuropa das Hoch-Uwe. Das hat Einfluss bis nach Nordost-Deutschland. Wir haben über den britischen Inseln oder bei den britischen Inseln das Tiefjuli. Mitten im Mai das Tiefjuli, auch nicht schlecht. Und das hat Einfluss hier auf Südwest-Deutschland. Und wir insgesamt, wie gesagt, sind zwischen den Stühlen. Der Nordosten auf der Sonnenseite und der Südwesten im dicken Bum-Bum. Und da geht es dann richtig rund. Heute geht es schon los mit ersten Schauern und Gewittern zum Teil recht kräftig. Blitz und Donner sind mit dabei. Und die kommen eben kaum von Ort und Stelle. Besonders betroffen der Südwesten oder Süden unseres Landes. Da kann es erste Unwetter geben. Ansonsten im Nordosten, im Osten und Norden besser gesagt, schönstes Frühsommerwetter. 24, 25 Grad. Das Ganze bei richtig viel Sonnenschein. In der Nacht zum Teil kräftiger Dauerregen von Rheinland-Pfalz runter bis nach Bayern-Baden-Württemberg. Es wird nicht jeden treffen, aber da kann zum Teil einiges runterkommen. Überflutungsgefahren eng begrenzt, durchaus gegeben. Ansonsten nach Norden und Osten, da lockern die Wolken auf. Man kann die Sterne beobachten. Sehr ruhiges Nachtwetter. Und die Temperaturen, sie gehen auf 14 bis 10 Grad zurück. Und dieses Symbol hier unten, Überschwemmungsgefahr, Überflutungsgefahr, das können wir bis Pfingsten immer da stehen lassen. Denn auch der Donnerstag bringt dann hier von Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg und Bayern zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und weiterhin gilt, wegen fehlender Luftströmung kommen die kaum von Ort und Stelle. Und das ist das große Problem. Es trifft zwar nicht jeden, aber so ein dicker Brummer, wenn der mal über dem Kopf hängt, dann zieht er einfach nicht weiter. Und da hat man binnen 30 bis 60 Minuten plötzlich 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter im Regenmesser drin. Und das Wasser entsprechend ganz schnell im Keller. Und bei so Sturzfluten sollte man raus aus dem Keller, sagt einem eigentlich schon der Eier der Menschenverstand. Denn bei Sturzfluten kann der Keller zur tödlichen Gefahr werden, wenn das Wasser da reinrauscht. Das Ganze dauert nicht lange. Ein, zwei, drei Stunden, dann ist das Wasser verschwunden. Der Dreck und der große Schaden, die bleiben aber beide. Und dann heißt es Aufräumarbeiten. Der Freitag relativ ähnlich. Im Nordosten weiterhin Sommerwetter, als wäre nie was anderes gewesen. Im Rest des Landes zum Teil in dieser schwülwarmen Blurre. Obwohl es nur 18, 19 Grad sind, ist es sehr drückend schwül zum Teil. Immer wieder kräftige Schauer und Gewitter. Und die bleiben zum Teil stationär, kommen kaum von Ort und Stelle. Was macht das Pfingstwochenende? Der Samstag ist auch für den Nordosten vielleicht ein bisschen gewittriger. Es ist noch alles ein bisschen unsicher, ob am Samstag die Schauer und Gewitter weiter Nordosten vorankommen. Aber im Südwesten, da bleiben sie auf jeden Fall erhalten, immer wieder Schauer und Gewitter. Man kann draußen was unternehmen, keine Frage. Man sollte aber die Wetterwarnung gut im Blick behalten und am besten auch Regensachen mitnehmen bei der Wanderung. Denn hier und da kann es eben kräftige Schauer und Gewitter geben. Am Sonntag, was soll ich sagen, auch der Pfingstsonntag bleibt relativ gleich. Immer wieder Schauer und Gewitter zwischen den sonnigen Abschnitten hier im Nordwesten, im Südwesten und im Süden. Der Nordosten, der holt den Liegestuhl raus, den Sonnenschirm und genießt das Wetter bei bis zu 25 Grad im Raum Berlin und Brandenburg. Auch Meckpomm an der Ostseeküste, schönstes Küstenwetter. An der Nordsee vielleicht auch da schon mal wieder ein paar Regenschauer. Und der Pfingstmontag, der kann überall zwischen Sonnenschein auch mal kräftige Schauer und Gewitter bringen. Zum Teil auch Unwettergefahr ist da wieder mit dabei. Und das Ganze bei Temperaturen so meist um die 19 bis maximal 25 Grad. Also hier und da ist dann im Osten, aber auch im Südwesten schon wieder ein Sommertag möglich. Nach Pfingsten wird es ein bisschen ruhiger. Die Temperaturen bleiben im angenehmen Bereich, meist um die 21 bis 25 Grad. Ein bisschen kühler an der Ostseeküste. Der Dienstag nach Pfingsten bringt aber auch weitere Schauer und Gewitter. Vielleicht noch mal einzelne Unwetter, weil die Wetterlage ziemlich gleich weitergeht. Und das sehen wir auch schon am Mittwoch. Hoppla, ein Déjà-vu. Schon wieder Schauer und Gewitter im Süden und im Südwesten. Dagegen im Nordosten Sonnenschein und bis zu 25 Grad. Im Südwesten nur 19 bis 21 Grad. Also diese Wetternummer mit Wetterzweiteilung scheinen wir gar nicht so schnell rauskommen zu wollen. Das kann, wie gesagt, sehr brisant sein. Über mehreren Tage hinweg drohen da Unwetter bei uns in Deutschland. Nochmal der Blick auf die Regensummen. Jetzt eingetrudelt bis Ende Mai. Das GFS-Modell und die Regensummen sind wirklich Regenmassen. Richtung Frankreich gibt es hier Regionen zum Teil mit über 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter. In den Alpen, auf der Alpensüdseite besonders auch hier 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Zeitweise waren dort auch mal bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter zu sehen gewesen. Und Schnee schmelzelt bis in die Gipfellagen. Ansonsten der gesamte Südwesten schön eingedeckt mit viel Niederschlag bis zum 30. Mai. Das ist hier kein Wonnemonat. Das ist hier eher ein Tonnenmonat, ein Regentonnenmonat. Im Nordosten deutlich weniger Niederschlag. Der Blick auf die Ensembles für Norddeutschland und die anderen Regionen. Da haben sich ja auch einige beschwert, das wäre alles zu viel. Aber manche möchten es ja sehen. Und ich sage es nochmal, man kann natürlich so ein Wettervideo auch vorspulen und seine Lieblingsstellen sich genau anschauen. Wir schauen nach Norddeutschland auf die Ensemble-Vorsage bis zum 30. Mai. Die Temperaturen sehr konstant, um 20 Grad, aber auch sehr konstant. Ab dem 18. und 19. Mai immer wieder Niederschlagssignale. Es bleibt also auch im Norden dann später zunehmend wechselhaft. Und auch der Westen relativ ähnlich, um die 20 Grad. Später etwas über 20 Grad. Einzelne Ausreiter bei 25 Grad. Und immer wieder Regenschauer bis zum Monatsende. Und auch im Osten unseres Landes, da sieht es relativ ähnlich aus. Die Temperaturen anfangs bis zu 25 Grad. Dann kommen hier auch mehr und mehr Schauer und Gewitter auf. Und die Temperaturen gehen ein klein wenig auf 15 bis 20 Grad im Mittel zurück. Das kann auch mal heißen, es liegt mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen darunter. Und dieser Trend geht wahrscheinlich bis Monatsende weiter. Mittendrin sind immer wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Und auch im Süden geht es ähnlich weiter. Ich hatte aber hier vor allen Dingen kräftige Niederschlagssignale bis zum 30. Mai. Da ist sogar ein Brummer dabei. Ist natürlich ein krasser Ausreißer. Der schießt durch die Temperaturen fast schon hier rauf in meine Überschrift rein. Also das wäre wirklich viel Regen. Hier sehen wir die Regenskala. Das wären über 75 Liter Regen pro Quadratmeter. An diesem einen Tag ist natürlich nur ein Ausreißer. Auf so einen langen Zeitraum, da kann man eigentlich nur verkehrt tippen, was das angehen könnte. Aber in der Summe sieht man eben doch schon überall Ausschläge. Das heißt, das wechselhafte Wetter geht wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit in der gesamten zweiten Mai-Hälfte im Süden unseres Landes weiter. Wir schauen auf die Landesmitte. Was passiert hier eigentlich? Und hier bleiben wir meist so um die 20 Grad bei den Temperaturen. Mal ein bisschen darunter, mal ein bisschen darüber. Und auch in der Landesmitte gilt, es ist immer wieder sehr wechselhaft in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Immer wieder sind Regensignale mit dabei, Schauer und Gewitter. Also wer da auf ein längeres Schönwetter hoch hofft, auf ein Frühlings- oder Frühsommer hoch, den muss ich leider enttäuschen. Das ist erstmal bei uns in Deutschland eher nicht zu erwarten. Ja und zum Schluss, wie versprochen, die Japaner. Auch die kommen heute Morgen mit einer Prognose um die Ecke, mit ihrem weltweiten Wettermodell. Auch hier die Regensummen mal bis zum Samstag. Und wir sehen auch hier zum Teil Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, in Rhein-Pfalz besonders, in Baden-Württemberg, in Hessen, im Saarland und teilweise in Bayern und in Thüringen. Hier werden auch bis Samstag um die 80 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet, im Nordosten dagegen deutlich weniger. Und wenn sich jetzt einige fragen, wieso sind hier nur so wenige Zahlen zu sehen? Dieses Wettermodell ist dann doch deutlich grober aufgelöst als die anderen Wettermodelle, die feiner aufgelöst sind. Das hier sind sogenannte Gitterpunkte und wir sehen nur sehr wenige Gitterpunkte über Deutschland und das macht natürlich die Auflösung ziemlich ungenau. Da wird quasi über ganze Mittelgebirge hinweg berechnet und da ist es natürlich viel besser, ein sehr hoch aufgelöstes Wettermodell zu benutzen. Gerade bei Niederschlägen, bei sehr kleinräumigen Niederschlägen versuchen die noch am genauesten daran zu kommen. So ein großmaschiges Netz an Gitterpunkten ist natürlich dann deutlich ungenauer, aber auch hier kann man wunderbar erkennen, es sieht aus wie bei allen anderen Modellen. Der Schwerpunkt hier eindeutig im Südwesten und der Nordosten bleibt eher auf der trockenen Seite. Ich kann nur sagen, das werden für uns Meteorologen, aber auch für einige Menschen werden, für einige Menschen sehr spannende Tage werden, vor allem die, die es wahrscheinlich in Sachen dicken Regen wieder abbekommen werden. Und wir sehen das nochmal hier am Pfingstsonntag, das sieht aus wie so ein Streuselkuchen. Das Grüne sind zum Teil kräftige Schauer, da haben wir auch hier im Süden diese roten Zacken und das sind die Gewitter zum Teil, kräftige Gewitter und das Problem ist eigentlich nicht, dass es Gewitter und Schauer gibt, das Problem ist eher, dass diese Schauer und Gewitter kaum von Ort und Stelle vorankommen und aufgrund der fehlenden Luftströmung einfach an der gleichen Stelle verweilen, über mehrere Minuten oder Stunden und das kann eben zu diesen sturzflutartigen Regenfällen führen. Am Pfingstmontag sieht es dann relativ ähnlich aus, auch hier der große Gewitterstreuselkuchen über weiten Teilen Deutschlands, mittendrin aber immer wieder auch mal sonnige und trockene Abschnitte. Es ist nicht so, dass es nur Regen gibt, es sind immer nur einzelne punktuelle Schauer und Gewitter, aber eben auch am Pfingstmontag werden sie weite Teile von Deutschland im Griff haben. Nur hier der Nordosten, der guckt so ein bisschen raus, da sind kaum Wolken unterwegs, da lacht die Sonne hier an der Ostseeküste entlang, da hat man fast schon, naja, perfektes Badewetter, würde ich nicht sagen. Es ist so ein bisschen kühl im Wasser, aber wer es mag, kann natürlich schon baden gehen, ansonsten aber schönes Strandwetter, um den Sonnenschein zu genießen. Also Urlaub an der Ostsee oder im Nordosten von Deutschland ist in den kommenden Tagen wirklich eine gute Idee. Berlin ist ja immer eine Reise wert, kann man ausnutzen oder einfach mal die Ostsee fahren, da sieht es eigentlich wettertechnisch richtig schön aus Richtung Pfingsten. Bei uns, wie gesagt, da droht Ungemach hier im Südwesten, auch im Rhein-Main-Gebiet, da bleiben wir natürlich hier bei wetter.net für euch dran. Tschüss und einen schönen Tag. Später meldet sich Kathi. Bye, bye.